Du Klo, komme her! Oh, Klo! Warum muss ich gegen Klo kämpfen? Weil das Spiel sagt, du musst gegen Klo kämpfen. Nee, ich will nicht die Waffe. Ich will auch nicht die Waffe. Nein, ich hätte keinen Fall in die Feuer. Nicht jetzt. Ich hätte keinen Fall in die Feuer. Oh, da hat's er doch. Ey, ich jetzt. Klo, komm her! Ich bin gerne auf Toiletten. Was passiert denn jetzt gerade alles? Sie haben jetzt irgendwelche Datensammlungen erlaubt? Ja. Klo, komm runter auf die Tatsachen. Auf die Tatsachen weg! Lauf doch nicht weg! Alter, wie kann ich denn gegen so eine Kloschlüssel fällen? Hat er endlich geklappt? Boah, hat den überhaupt nicht genervt. Hm. Ach, du machst grad die Aufgabe jetzt. Ach, du machst grad die Aufgabe jetzt. Und bei ... ...matter, du meinst ... ... ich habe eine Trainingssimulation. Wir haben eine hoch trainiertes Vigilante. Er hat eine Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Und das ist schuldig gewesen. Ich versuchte dir, dass es der Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Wieso kann ich mein Dings nicht einsetzen? Irgendwie nähere Dings. Das ist grad ziemlich scheiße, dass ich mein Eis-Zeugs nicht einsetzen kann. Ja, ich bin tot. Du bist schon, drinnen? Nein, draußen. Ah, sorry, du bist jetzt ... ... du kommst dorthin und tötest den. Ah, wo ist das Monster? Hier bist du, ja? Ja, komm her. Attacking its shield with powers will help. Ich kann kein Dings benutzen. Doch, jetzt konnte ich grad her. Leu. Was? Und los. Ja, ich hab ihn eingefroren und zwei Sekunden später ist er nicht mehr eingefroren. Na ja, so eingefroren bleibt der lange nicht. Also. Ja, der Schild war sofort wieder da. Ach so. Na, jetzt haben wir den beide eben eingefroren und der Schild war wieder da. Du hast ihn nicht getroffen. Ja, hab ich gesehen. Weißt du, was ich auch gesehen habe? Na, gilt. Ja. Wenn ich getroffen was. Uhe. Du hast Verwann. Du hast Kraft. Du hast die Kraft. Du hast es für die Schild. Du hast die Kraft. Du hast die Kraft. Du hast ihre Kraft. Du hast sie nicht getroffen. Du hast den. Au. Ja, ich hab ihn eingefroren. Du hast sie nicht mehr geschossen, was hast du soll. getroffen ich habe getroffen ich habe getroffen ich mache es einfach scheiße ich sollte dabei nicht trinken so hat was eigentlich immer super sehen hast du bist doof wie kannst du das nur machen weißt du doch ich wie im aufruf bin nimm bitte an was sollte mir das jetzt sagen gar nicht wirklich gelesen m m es ist es ist okay es ist Es war so, dass du nicht in diesem Universum existierst, also kannst du sie nicht benutzen. Ich sag mal für Stimmung, aber das wäre gut, Mathew. Okay, hier kommt Trouble. Du hast eine Armee von Minions gesagt, Mathew. Du hast nichts von Zondagen gesagt. Du, äh, musst du für nichts vorbereitet sein. Du erwähnt, dass du keine Zondagen einsetzt? Nein. Nein! Nein! Töte euch mit bayerischer Musik. Bayerischer Musik. Ich mag die. Geh mal weg. Danke! Bitte! Und sag du mir nicht, dass zunächst auch Roboter hassen, was man mir will. Ja. Ich weiß nicht. Ich krieg den Arsch. So ganz gut. Weil das Nachtweide vielleicht jetzt etwas zu trennen, wir haben also angefangen, zu finden, wer sich zuьют aus. Ah, Mathew, sweet, sweet, Omathew. Nachtweide hat eine rösen Kosmologie, die nur behindert sich sich auf! Also pfeifen kann ich auch nicht. Danke, Nightblade. Die schlechte Not ist, dass die Karten nicht in den 3-Kaunten waren, als wir begonnen haben. Ich sollte es wissen. Ich bin auf meinem Weg. Das fällt mir jetzt. Ja. Lol. Ich habe mich schon lange gemacht. Nee. Ich habe mich hier gerade reingepackt. Kannst du da mal rausgehen? Ich komme hier nicht mehr raus. Äh, lol. Guck mal her. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich würde dich ja mit Wumms wegkriegen, aber... Ah, ah, ich habe es geschafft, rauszuklitschen. Okay, raus. Hallo, Mats. Es ist gut, dich wieder zu sehen. Und du bist der Protégé, den ich so viel über gehört habe. Korrekt. Der Kardinal ist auf dem Weg. Aber der Kardinal ist auf dem Weg. Der Kardinal ist auf dem Weg. Der Kardinal ist auf seinem finalen Destination. Ich werde dich zu ihm führen. Bleibt nahe. Aber... nicht zu viel. Wir wollen nicht meinen Nemesis geben. Ein zu leichter Target. Wolltest du auch ein Spielzeug haben? Wolltest du auch ein Spielzeug haben? Guck mal. Ach, nö. Ich fag gleich ohne dich zu. Du, bei mir packt das Auto von dir, äh, im Boden. Ich kann auch nicht einsteigen. Ah, fahr mal los. Ich weiß ja nicht, wohin. Du musst da rein. Wie? Ich muss rein? Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du musst reinsteigen. Ich wüsste auch nicht, wohin. Du musst einsteigen. Kann ich ja nicht. Doch. Wenn du die Aufnahme sehen war, das würdest du wissen, dass ich das nicht kann. Oder beziehungsweise sehen. Ich brauche mal irgendeinen Gegenstand, um das Auto irgendwie durch die Gegend zu schieben. Komm jetzt mal rein. Wenn du sehen würdest, ich kann doch nicht einsteigen. Jetzt kannst du doch bestimmt rein, ich bin doch draußen. Ja, ist gut. Also. Ich kann doch auch rein, das ist dein Problem, Mann. Einfach E drücken. Ja, jetzt haben wir gleich verkackt. Ja, jetzt hast du das Auto kaputt gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht, Markus. Bei mir ist das Auto im Boden. Ja, bei mir auch wegen dir. Das war schon die ganze Zeit so. Nein, das ist nicht. Nein, doch. Nein. Guck in meine Aufnahme. Guck in meine... Ich geb dich einfach dumm in den Mund. Ah, wir haben es 0 Uhr morgen. Es wird immer gleich so gereizt sein müssen. Ja, aber das ist dumm wahr. Ich konnte nichts dafür, dass das Auto im Boden gebackt war und ich nicht einsteigen konnte. Ja, warum wohl? Warum was in den Boden gibt? Ja, warum wohl? Warum was in den Boden gibt? Warum was in den Boden gibt? Ja, warum wohl? Ja, ich habe die Waffe nicht benutzt. Ich habe die Waffe nicht benutzt und sie ist den da reingeschrieben. Ich höre dich nur rumflamen. Was ist das denn Sora geworden, der mal cool war? Hier wird's mein Spitzwerk. Aber, warte, der will, der will ja das Motorrad. Das Motorrad packe ich mal dahin. Oh, wir können los. Ich sitze drin, ja? Ja, weil du sein Ding da weggeschmissen hast, musst er ja erst mal hinrennen und sein Ding holen. Aber weil du es jetzt wahrscheinlich verbuggt hast, geht das auch wahrscheinlich nicht. Irgendwann mit Profis arbeiten. Ja, jetzt geht's nicht, dass wir uns irgendwie umkriegen. Wohl denn, warum geht's denn nicht, wo ist er denn? Ja, das Motorrad ist ganz weg. Der läuft doch da. Das gibt's nicht mehr. Der läuft dann da. Ja, wohin? Nirgendwo hin, weil das Motorrad weg ist. Ach, komm. Ich hab den so'n Scheißpumpe ab. Ich bin gut drauf. Der weiß schon, wo sein Motorrad ist. Da liegt's doch. Ich hol's mal am besten für den. Aber das Problem ist, ich kann's nicht einfach mal so nochmal absetzen. Okay. Ist gelandet. Typ, du musst zurückkommen. Kann ich dich hochnehmen, ne? Kommt dir jetzt die Treppenhocke watscheln oder nicht? Er kommt. Sora, du bist viel zu schlecht gelaunt. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab mich umgebracht. Oh, warum hast du's gemacht? Weil das verbuggt war. Er kam doch gerade, er wollte doch gerade aufsteigen. Es ist okay, da schneller. Ich bin kein Geduldsmensch. Ich merk's mir. Du bist doch gut gelaunt, Sora. Ich spreche dich gleich, Gelaunt. Ach, Sora. Komm, du musst, wie gesagt, mit Spaß und Humor, das kannst du sehen. Die Mutter hat Spaß und Humor. Ja. Wenn sie deinen Schritt leckt, lacht sie sich auch jedes Mal kaputt. Ja, ich bin ich bei dir auch. Hey. Brack die Waffe weg. Ich hab die Dabse im Garten. Brack die Waffe weg. Sehr gut, bleib ruhig. Was will ich mit meiner Anal-Sond ankommen? Ja, ist ja gut, ich sitz doch schon förmlich drinnen. Fahr doch los. Du musst nicht auf mich warten. Ach, Sora, du bist viel zu schlecht gelaunt. Was ist denn los? Was bedrückt dich denn? Deine Mutter. Die drückt mich. So schwer ist sie aber nicht. Das können wir gleich mal nachgucken. Musst du den kaputt machen? Nein, nur hinterherfahren. Ja, bleib doch ruhig. Du bist viel zu schlecht. Äh, also, ich glaube, ich muss dich mal so zum, 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 zum Ding schicken. Arzt. Wirkst du richtig? Ja, meine Mutter ist sie auch. Was? Meine Mutter ist sie auch. Was machst du denn mit meiner Mutti? Die ist.